Vor vier Wochen konnte das kommunale Bauprojekt Osterwiese in Wenningstedt richtfest feiern. Es entstehen dort zehn Doppelhaushälften und 47 Drei- bis Fünfzimmerwohnungen in neun Mehrfamilienhäusern. Rund 400 Wohnungssuchende haben sich bei der Gemeinde Wenningstedt-Braderup beworben. Im November will die Gemeinde mit der Vergabe beginnen. Denn im Frühjahr können die Doppelhäuser bezogen werden, im Sommer dann die Wohnungen. Die Gemeinde hatte unlängst alle Bewerber angeschrieben, einige Briefe kamen allerdings als unzustellbar zurück. Wohnungsbewerber, die keine Post von der Gemeinde Wenningstedt-Braderup bekommen haben, mögen sich bitte noch einmal telefonisch melden. Bei der Wohnungsvergabe werden besonders Familien berücksichtigt.